Das Kloster, ein Rückzugsort. Das ganze Jahr über, aber vor allem im Advent, finden die Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg hier einen Ort der Ruhe und der Besinnung, weit weg von all dem Stress, der viele Menschen durch die Vorweihnachtszeit treibt. Natürlich haben die Schwestern in diesen Tagen auch hier hinter den Klostermauern allerhand zu tun. Den Blick auf das Wesentliche verlieren sie dabei aber nie aus den Augen. Wenn dieses Kind, Christus, der Mittelpunkt bleibt im ganzen Weihnachtsgeschehen, dann ist das Geheimnis da, ob wir es wissen oder nicht. Wenn nicht der Konsum oder eben die Speisen oder die Geschenke alles ausmachen, dann bleibt Christus der, der von Gott Verheißene, seit Ewigkeit Verheißene, dass er die Menschen erlöse. Und wir brauchen es ganz notwendig, dass Heilung in unserer Welt geschieht. Und so soll auch das Kind in der Krippe immer das Zentrum des Weihnachtsfestes bleiben. An diesem Tag sind die Franziskanerinnen in Bastellaune. Es braucht ein bisschen Erfahrung im Umgang mit Wachs und etwas Ausdauer, um aus schlichten weißen Kerzen kleine Kunstwerke anzufertigen. Im Kloster Maria Stern helfen heute alle zusammen. Jeder macht das, was er am besten kann. Sogar die winzig kleinen Figuren gießt Schwester Dominika selbst. Josef, Maria, das Jesuskind. Die heilige Familie kann auch heute noch Vorbild sein. Jede Familie muss sich angesprochen fühlen, wenn sie das sieht. Es ist einfach Vater, Mutter, Sohn oder Tochter. Und ich denke mir, es ist auch Batchwork. Es ist genauso. Die Zeit ist ja jetzt hier, wo wir so gemischt sind oder wo die Familien einfach, und dass sie sich an der Krippe ein Beispiel nehmen, dass sie sagen können, Mensch, komm, wir leben mit denen. Jeder gibt nach und dann wird es eigentlich, kann man miteinander leben. Ob das jetzt zwei Väter sind oder zwei Mütter sind, wo man denkt, ja, die Zeit ist so. Und ich denke, wir müssen offen sein für solche Sachen. Es ist nicht normal, aber Jesus Christus lebt und vor, wenn wir mit Liebe leben, dann können wir alle leben. Und ich denke, das kommt in der Krippe raus. Und ich wünsche jeder Familie, dass sie die Liebe in der Krippe sieht und dann kann es auch in der Familie klappen. Die Kerzen nehmen derweil immer mehr Form an. Aber erst die heilige Familie führt den Menschen das Geheimnis der Geburt Jesu Christi besser vor Augen. Darum ging es auch dem heiligen Franziskus, als er 1223 erstmals eine Krippe in Szene setzte. Davon handelt die Erzählung von Schwester Imelda. Auch solche Stunden der Besinnung gehören zum Advent im Kloster dazu. Innerhalb der Gemeinschaft ergeben sich Gespräche, auch Treffen, wo wir im Gebet beisammen sind und uns darauf einstellen und uns mit diesem Gedankengut auseinandersetzen. Still für jede für sich, aber auch in der Gemeinschaft. Heute ist es das gemeinsame Basteln, das die Franziskanerinnen von Maria Stern in dieser oftmals hektischen Adventszeit zur Ruhe kommen lässt. Und ganz nebenbei haben die drei Schwestern auch noch jede Menge Zeit zum Reden. Ein schöner Nebeneffekt. Im Alltag kommt das manchmal zu kurz. Und Zeit füreinander haben, auch das bedeutet Advent. Und Zeit füreinander haben, auch das bedeutet Advent.